Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Kanal, Playroom. In dem Kanal Playroom werde ich euch zukünftig Spielsachen präsentieren, was es so gibt und wie es sich mit denen spielen lässt. So, momentan gibt es im Happy Meal bei McDonalds die Hot Wheels. Da sind vier Hot Wheels drin. Einmal einen grünen Hot Wheels, der durch Feuer erfahren kann. Dann einen weißen Hot Wheel. Ich weiß jetzt nicht, was der genau macht oder was das für ein Anbau sein soll. Sieht aus wie eine Kurve. Dann haben wir noch einen blauen Hot Wheel. Dieses Auto kann wahrscheinlich durch die Mauer fahren. Und zu guter Letzt ein Formel 1 Hot Wheel, der über so eine Rampe fahren kann. Ich stelle euch zwei dieser Spielzeuge vor und damit beginne ich jetzt. Dann fangen wir mal als erstes an mit dem Formel 1 Hot Wheel von McDonalds im Happy Meal. So, also dabei ist einmal die Schanze, dann der Untergrund, der diese Wippe reguliert und das Auto selbstverständlich. Und in der Zeichnung haben sie noch ein paar Tipps oder halt demonstriert, wie man das einsetzen kann. Okay, also da ist eine Platte mit zwei Papierrollen von einem Toilettenpapier, wie es ausschaut. Darauf springt man dann auf diese Schanze zum Beispiel. Okay, fangen wir an. So, also zum einen ist es der Untergrund. Wie ihr seht, der sieht so aus. Kann man es drauflegen und ist einfach eine Wippe. Dann kommt die Schanze. Die Schanze hat drei Stufen. Eins, zwei und drei. Und man kann es regulieren. Man kann es auch an der echten Bahn anschließen. Also es gibt zum einen diese Stufe. Stufe 1. Dann gibt es die mittlere Stufe. Die hat dann so eine Wipp-Funktion. Dann gibt es die Stufe 3. Und die kann man halt unterschiedlich einsetzen. Wir nehmen mal die Wipp-Funktion. Dann kommen wir mal zum Auto. Tada. Bumm, bumm. So, betrachten wir uns das mal ein bisschen näher. Also, es sieht aus wie ein Formel 1 Auto. Man kann noch ein paar Aufkleber drauf machen. Und es ist alles Plastik. Was ich jetzt so gesehen nicht so schlimm finde. Weil der Original ist ja Metall. Meistens spielen ja damit Kinder. Und wenn man natürlich die Metallstücke rumschmeißt, ist es immer ein bisschen härter, wie wenn man natürlich mit diesen Plastikautos spielt und damit rumschmeißt oder Crash verursacht. Natürlich sind die auch anfälliger zum Kaputtgehen. Aber ansonsten, ja. Die Räder. Rollen. So wie es gehört. Wunderschön. Sieht gut aus. Hat ein paar Klebestreifen. Und da hier. Und an der Seite. Schaut optisch recht flott aus. Also, für ein Spielzeug im Happy Meal auf jeden Fall sehr gut. Und die Rollen auch. Damit machen kann man zum Beispiel, wenn er angefahren kommt, kann man auf die Rampe hochfahren und irgendwann kippt die Rampe selber und Chip weg ist er. Wir können nochmal die andere Funktion einsetzen. So. Da passt er da gar nicht durch. Ist ja lustig. Oder doch, er passt ganz genau durch. Deswegen muss man ja die hintere Öffnung nehmen. Er kommt da von hinten, geht rein und wird dann genau durchgeführt. Von daher passt alles. Wenn man es richtig macht. Er kommt von hinten, passt genau rein und dann wird er durchgeführt. Zack. Sieht gut aus. Flott und schnell. Wie es gehört für ein Formel 1 Auto. So. Aber nun. Ab zum nächsten. Das zweite, was ich noch habe von Happy Meal, ist dieses grüne Auto. Das grüne Auto kann durch Feuer springen. Und wie man sieht, haben sie links einen Protest mit Büchern aufgebaut. Dann haben sie oben diese Durchfahrt mit dem Feuersymbol gemacht, das dann runterspringt und direkt in einen Kanister mit Wasser, wo er dann wieder ablöschen kann. Tada. Das mit Wasser machen wir natürlich nicht. Aber ich zeige euch jetzt, was alles dabei ist. Zum einen haben wir dieses Stück. Dass diese Auffahrt und eine leichte Schanze demonstrieren soll. Man kann es auch an Original Hot Wheels Bahn anschließen und somit auch dazu erweitern. Was ich auch gut finde. Ist ein nettes Gimmick. Und dann kommt die Feuersprung. Das Feuersprungrad. Wie ihr seht, ein Problem, das Feuer darstellen soll. Ist rot gehalten, durchsichtig. Und es wackelt. Das heißt, wenn man durchfährt, kommt man gut weg damit. Ja. Und das Ganze wird dann so zusammengebaut. Man hat hier so eine kleine, ich weiß nicht, ob man es sieht, eine kleine, also so ein abstehendes Stück. Das natürlich dann zum anderen abstehendes Stück passen muss, wenn man es einbaut. Das heißt, unten rein und zack. Und fertig ist sie. Die Feuer Schanze. So, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Man fährt hier durch, durchspringt das Feuer und kommt wieder hinten raus. So, jetzt fehlt jetzt noch das Auto. Das grüne war es. Und da haben wir es. Das ist der grüne Flitzer. Sieht auch sehr sportlich aus, wie es sich gehört. Ist auch ein Hot Wheel, hat auch ein paar Aufkleber dabei. Sieht ganz schick aus, ist auch plastisch. Aber das stört weiter nicht, weil ich finde, wie gesagt, wenn Kinder mit den Autos spielen, ist Plastik sogar ein bisschen komfortabler wie Metallautos. Und wie man sieht, natürlich original Hot Wheel. Kann man es sehen, weiß nicht, ich sehe es auf jeden Fall. Und ja. für ein Happy Meal Spielzeug toll. So, jetzt demonstrieren wir mal das Ganze, wie das funktionieren soll. Man wird das Auto kommt angefahren und dann geht es über die Schamze durch, das Feuer durch und yeah. Auto ist gesichert. Also ganz nett, finde ich. Da haben sie sich gut was einfallen lassen, weil meistens ist im Happy Meal nicht so tolles Spielzeug dabei. Aber jetzt, wie gesagt, die Hot Wheels kann ich echt nichts gegen aussetzen. Gut, die Aufkleber wäre halt schöner gewesen, wenn es eventuell schon verarbeitet wäre, dass man da nicht großartig viel kleben muss, weil es ist schon mit erwachsenen Fingern schwierig, das aufzukleben. Und um das dann flach reinzudrücken in die Ecken, habe ich ein bisschen Schaumstoff genommen und damit dann versucht, zu rubbeln und zu drücken. Also um das halt sauber aufzukleben, ist schwierig. Ich habe halt da noch ein Stück wie heißt das, ich habe noch ein Stück Watte genommen und habe dann drauf gedrückt und versucht dann die Flächen einzuarbeiten. Besonders hier, das ist eigentlich also eigentlich ist es rot hier, da ist aber ein blauer, also eigentlich ist es rot hier, da ist aber ein blauer Aufkleber drin. Und um die Rillen zur Geltung zu bringen, habe ich mit der Watte reingedrückt, damit halt diese, dass damit das Kleb halt drauf richtig haftet. Weil nur so aufkleben, kriegt man es gar nicht so hin. Man kommt mit den Fingern ja gar nicht rein. Deswegen habe ich da ein bisschen Watte reingedrückt und damit dann ein bisschen die Kerbung auch rauskommt. Ja. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, schöne Autos, schönes Spielzeug, kann man nichts sagen. Und für ein Happy Meal, top, finde ich jetzt super gemacht. Also da haben sie sich wenigstens mal was einfallen lassen. Von daher kann ich jedem empfehlen. Wenn ihr mal zum McDonalds gehen solltet und Happy Meals wollt, dann nehmt diese Spielzeuge. Sind aktuell verfügbar. Aktuell befinden wir uns im März 2019. Und hier sind nochmal alle vier aufgelistet. So, dann sind wir schon am Ende mit meinem ersten Video. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr zukünftig solche Videos wiedersehen möchtet, dann lasst einen Subscribe hier. Also folgt meinen Kanal, dann seht ihr immer, wie ein neues Video ankommt. Und hat euch dieses Video gefallen, dann einen Daumen hoch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.